Talk to me Du hast noch der Cap Young hier Nein, 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 erzählen Also, er ist Facke über Maus der Brennkammer Sto, nein, nein, einfach nicht stark genug Fang den Ausreißer, besiege ihn und nimm den Finger Äh Okay Wollen wir das mal als nächstes Hier mal ein bisschen aufpassen Ah, dammit Oh, wait, da ist er, oder? Ist das der Dude? Ich geh mal nicht auf den Keks, du blöder Bussard Ähm, warum denn ausgerechnet jetzt hier? Das ist ja jetzt kacke Äh, na komm Ja, ich will dieses Event hier weg haben, damit ich hier ganz stinknormal ganz in Ruhe dann einfach irgendwas machen kann, man Oh, du blöder Mäuge weg Wo ist eigentlich mein... Schützen darfst du aber ich hab grad absolut nicht gesehen, ey, holly molly Ich muss wahrscheinlich die Nester zerstören, oder? Ah, okay, aber wenn ich die Nester angreife, greifen mich die Dodos in der Nähe an, na, das ist klar Das wird egal Jetzt werde ich erstmal das, äh Habe ich es geschafft? Ja, ich habe es geschafft So, nochmal das Nester weg, bevor noch mehr Dodos spawnen Oh, ein so ein Dodos probiert mit 14% So, jetzt geht drauf Ähm, das ist kacke Das ist kacke Das ist richtig kacke Holy molly Zwei auf einmal kommen, ey Dodo-Feder und Dodo-Ei Äh Oh nein Natürlich ist hinter mir direkt noch eine gespongen Vier gleich Das kriege ich noch durch Guck mal, ich will jetzt einmal mal weiter dodgen hier Dann dieses Ding da wegmachen Und das Dodo Nester mal wegbatzen Einfach mal weiter dodgen Einfach mal weiter meine Kreise Doch, eine ganz gute Idee Scheint zumindest ganz gut zu funktionieren Leute, das Dodonest lebt noch Das darf nicht wahr sein Oh, jetzt geht drauf, du blödes Nest Ey, es lebt immer noch Ah, das ist ein schlechter Scherz Danke Äh, der kümmert sich da um die Dodos Das heißt, ich kann dieses Nest hier vernichten Ist schon mal gut Ah, jetzt sind drei wieder gepullt Auli mauli So 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 Nest down Töten wir noch das Dodo Wir haben schon ein paar mehr Prozent Da hinten ist noch ein Dodonest Ich hoffe nicht, dass die da oben auf die Idee kommen Ich kann sogar Nein, mal hin, nur einer Ah ne, es sind zwei, drei, okay Das war dumm Oh 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 gut, das war knapp Ah, ich muss mir ein Gewinn immer erst drei zu drücken und danach erst das andere Der mit 57 Prozent Da ist noch ein Nest Ist er gestorben? Ist er nicht? Ähm Es hin Genau So An 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 Oh, das Spiel. Was er da gepolt hat. So, das ist das Tummo. 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 Komm schon, mach voll die Kacke. Ja, danke. Cool, das hat er Muld. So, danke. Meine Güte. Benutzen. So, jetzt tagieren wir noch mit der Feuerschale, damit wir die auch anzünden. Okay, wer ist da? Oh, nee, halt aus. So, nehmen wir mal kurz. Meine Güte. Oh, nee, nicht bei dem Bussaden durch, bitte, danke. Das mutt nicht sein. Ne, der eine Bussade hat da, die gibt mir einen Keks. Verdrück dich einfach, danke. Ach, komm schon. Ich kriege den mir schon noch nicht abgeschüttelt bis da hinten, oder? Wollte eigentlich relativ schnell aufgeben. Na, gucken wir mal. Doch, er hat abgedreht. Sehr gut. So, mein Quest weiter. Und jetzt? Okay, bei der Sonden. Gott, die sind so flisch. Das ist schon wieder so viel Shit, Mann. Ah, ich laufe jetzt einfach da durch. Ist ja auch egal. Ich werde hier auch nicht so laufen, dass sie mich ein bisschen tippen können. Ich muss dann einfach so ein bisschen drum rum laufen. Und dann sollte das ganz gut gehen. Gut gesättigt. Okay, ich kann ein weiteres... Irgendwas anderes zu mir nehmen. Kann ich jetzt noch zusätzlich nennen? Äh, warte. Ich hätte jetzt gerne noch eins, wo ich... Warte mal. Der ist doch hier irgendwo. So. Okay. Ah, wir nehmen auch die nächste Quest fertig. Nehmen wir die Brille. Ach so, meine Vision war gerade einfach nur links drin. Alles klar. So. Kriegt sie die Brille auf. Süß. So. Äh. Gut, okay. Ich bin ja hier zum Glück direkt. So. Ne, warte mal. Rechen. Teleport. Und oder Dex. Ah. Na gut. Next. Okay. Ähm. Was ist da unten? Muss ich hoch, glaube ich, ne? Ja. Guck mal, bei der Fischer geht er dann daneben. Müsste das ja irgendwo sein. Na, nicht ganz. Aber, egal. Können wir hier noch ein bisschen umgucken. Gut, da kommen wir nicht hoch. Ah, warte, das ist ja auch nicht unten, das ist oben. Ich vollidiot, oder? Ähm... 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 Kochungsplatz, Chorenturm... Ähm... Warte... So, mal kurz gucken. Unteres Land ist ja da. So... Ups. Ja, Sturmtor. Und dann daneben müssten wir da ganz gut rankommen. Ups, das war ein bisschen zu weit. So weit wollte ich gar nicht. So. Ah ja, hier ist die... ...Patti gerade hat am Wandern, ne? Warte ich ja noch nie machen kann, weil ich noch kein Charakter Level 30 habe. Aber ich bin auf dem besten Weg. Mal gucken, ob ich es noch schaffe, bevor das Event vorbei ist. So. Naja, die Letten... Oh, äh... Okay, Neuerstufe. Einige Kommandos lassen sich ja abschließen, bestimmte Gildenaufträge erlangen, sodass zum Beispiel... Waffenfertigkeit, reißen der Cloud des Pekingiers erst verfügbar, wenn der Gildenauftrag des Pekingier-Gilde. Aha, okay. Okay. Ähm... Ich habe aber neue Schuhe gekriegt. Ja, Zaubertempo, das ist gut. Ähm... Okay. Ähm... Okay, im Unteren, okay. Ah, okay. Cool, danke. Gut zu wissen. Vielen Dank. Das ist schon aufgefallen, äh... Final Fantasy Online hat auf jeden Fall eine sehr, sehr hilfsbereite Community und das gefällt mir. Das finde ich schön. Ein fatales Ereignis. Ah, ne, nicht schon wieder, das haben wir schon mal gemacht. Ja, okay, das dachte ich mir schon fast, dass man das dann im Late Game, dass er einfach dann irgendwie ein bisschen von den Substats abhängt, was auf den Sachen drauf ist. Okay. So, hier war ich noch gar nicht. Ich jetzt über meine Waffe... Ach, da oben. Ah, das Rosten optimieren. Alles klar. Okay. Gut, Tunnel. Äh... Doch. Was? Die Lücke fortsetzen? Nein, das wäre doof. Das ist richtig. Warte mal, hier musst du jetzt irgendwo... War wahrscheinlich hier hinter, ne? Na, wer dir das erwartet. Hey, dude. So, mit dem haben wir jetzt gequatscht. Achso. Äh... Slash ruhig, ja, klar. Hm? Ups. Na? Oh, he kept stuck on. Ah. Hm. 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 Ach so, sorry. Ich muss ja ein bisschen ranzoomen. So, jetzt zu dem Typen da hinten hinlatschen. Oh wait, das ist auf der anderen Seite. Ich bin auch intelligent. Nee, wait, genau. Ich wusste doch, dass ich mit dem nochmal quatschen muss. Da habe ich wieder aufgenommen habe. Jetzt quatsche ich nochmal mit dem, dann ist das alles erledigt und dann kriege ich da nochmal hin können. Die Wolfshöhe. So, fertig. So. 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 Die Hintergrundgeräusche von Final Fantasy 14 finde ich auch sehr, sehr schön. Dass man nicht immer so Windgeräusche hat und sowas. Schon schön gemacht. Ja, du kannst ja schon hingehen. Ich noch nicht. Ja, nee. Ups. Lasse es mich in Ruhe. Oh ja, ganz schön viele Quests unterwegs. Das freut mich. Jetzt müssen wir wieder synchronisieren. Mal ein bisschen zu schnell. So, dann gehen wir erst mit dem Main Quiz ab. Ja, jetzt Story voranbringen hier. Okay. Da ist er. Ich möchte der Bautherrlein nehmen. Ich fahre mal selber schoben werden. Okay. Die Victory. Besser, die Victory ist nur der Anfang. Ich fahre mal selber schoben. Ist trotzdem rechts vorne und hinten. Äh. 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 Ich kriege doch echt hart Level dafür, für die Main Quests. Also Felix P. Hm. Ja, ja, ja. Wir sehen haben. Okay. Hold ON. Da unten. Okay. Mhm. Die Chocopotypen mal quatschen, damit ich mich hier... ob ich hier auch hinreisen kann mit dem Chocobo. So. So. So, im Auge behalten, ob ich hier irgendwas töten muss für mein Vystarium. Haust du ab. Hm, okay. Hinten irgendwo runtergemusst, sehe ich gerade. Das ist ja jetzt ein bisschen anlackig. Oder hier hinten. Da geht's auch runter. Das können wir auch mal machen. Ach, Satz. Plomp. Nehmen wir den Fäscher, dann kaufst du auch, Leute. Reigen wir doch hier gegen. So. So. So, man. Was? Ach so. Man sollte vielleicht auch manchmal einfach nur lesen, was da rumsteht. Das wäre um einiges einfacher. Abschließen. Next. Oh, sehr schnell, da gibt's ein neues Buch. So. Neuneralsgehörden Situation. Mhm. Okay. Äh. Ups. Okay, also im Endeffekt sind die Quests, also die Main-Quest ist hier jetzt gerade nur dafür da, um mich hier durch die Gegend zu führen, damit ich mir einfach mal alles angeguckt habe. Denke ich zumindest. So, muss ich jetzt hier unten lang oder nicht? Das sieht auf jeden Fall awesome aus, da hinten. Oh. Ach, da ist der Dut. Stufe 50. Hm. Ja, ist die Gewinne, das bin ich. Ja, ist die Gewinne, das bin ich. Ja, ist die Gewinne, das ist die Gewinne, das ist die Gewinne. Ja. Okay. So. Sind die aggressiv? Ja, die sind natürlich aggressiv, wer hätte das erwartet? Ja. Ups. Jetzt bin ich halt schon in den Spearkasten. Ah, ein bisschen zu spät. Ja, jetzt sehe ich mir die Dots drauf, gehen der Dutti rechts neben mir. Also. So. Ich spawnte auch noch mal einer. Wer hätte das erwartet? So, jetzt gehen wir drauf. So, halt mal ganz kurz, dass mein XP noch ein bisschen hochgeht. Äh, XP sagt schon, dass mein HP ein bisschen hochgeht. Und dann ticken wir den nächsten. Ich bin gespannt, ob ich hier rankomme, ohne was zu pullen. So, jetzt muss ich noch ein Stück zurückgehen. Und der hier auch zu mir kommt. Hoppala. Jetzt geht rauf. Danke. So, jetzt einmal ab durch die Mitte hier. Das ist nicht so, gar nicht mehr ein Stück nach vorn oder nach hinten. Und tschüss. Äh, ist ein Schiff von Berichterstatten. Oh, das ist nicht so. Ah ja, ganz hinten wieder, okay. So. oh okay Was ist das? Das ist ganz schön, sehr gut. Irgendwo da... Ach, der Dude ist sogar noch hier drin. Ist ja mal ganz was Neues. Da steht er, der Peter. Mit dem nächsten Dude quatschen. Kein Problem. Kein Problem. So, da steht er von den anderem. Ach, dass er. Da 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 da. Ich tepze ihn denn nicht für? Oh, okay. So... So, don't miss her. Okay. So... Hm. Hm. Dann nicht. So... Ach, natürlich kann ich da wieder nicht drüber hüpfen. Aber ja, klar. Hm, hm. So... Ups. Wollte ja nicht. Dauerlich hin. So. So... Hm. So... Okay. Open the gate. Da. Ah, okay. Alright, was macht denn... ...bis da hoch? Okay. Da laufen wir von hier aus hin. Ja, sehr gut, dass es in meiner Nähe ist. Das interessiert mich gerade nicht. Uff. Da bin ich mit einer Schakanie unterwegs. Habe ich an den vorbei? Schon, oder? So. Da. Ja. Plan ist nicht mehr zu weit. Äh... ...kann ich natürlich nicht. Ja, klar. Ja. Oh, wait. Na, den will ich jetzt pullen, oder? Ja. Da dachte ich mir. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh, das war knapp. Ich spottens mal eine neue. ... ... ... ... gesteckt na okay das trotzdem hinkriegen auch wenn das ab stufe 18 ist sehr gut dass er abgestellte sie haben eine große menge sprengstoff dabei ich habe die eindringlinge bin auf dem weg ok kann ich von hier aus nicht durch muss ja so einen weg nehmen uns zu besiegen um die victoria zu beschützen okay alles klar kämpfen wir uns mal nach vorne ja sogar noch level up während wir jetzt hier nach uns nach vorne falten wahrscheinlich das ist ein gelbdingens so kann ich die eigentlich reviven geht das für die gesamte quiz hat eine halbe stunde zeit das ist eigentlich machbar denke ich ich parallel sogar mal komplett hoch heilen immer wieder zwei das ist jetzt an laki stand mal mit den beiden zuzutaten das ist doch absolut kein problem da steht ja schon der kapitän noch Als ich die Situation für den Marschstrom ist Ja, ja, mach du mal. Was wird dir nicht passieren? Wie viele Piraten immer hier. So, jetzt darf ich, ne? Achso, und ich muss ihn natürlich tanken, ja, das wäre das auch mal gewartet. Oh, nee, 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 mach bitte nicht deine Böhre. Oh, das wäre nicht gut. So, ähm. Ah, okay. Achso, da kommt es noch seltener mit dazu, das ist ja auch gut. Okay, ich werde auch den, den, den du hier fokusten. Ich denke nämlich, wenn der drauf geht, dann sollte sich das alles erledigt haben. Oh no. Nein, du bleibst heute auf ihm. Ja, natürlich. Ah, der wird geheilt, wait, das ist ja kacke. Okay. 53, der stimmt, ich will. Aber der verhielt sich mir gegen, Alter. Ah, warte mal. Da ist der Heiler. Ach, die machst du bitte fast, mein Freund. Die muss sterben. Die heilt ihn nämlich die ganze Zeit. Und auch alle anderen. So, jetzt wird er nicht mehr geheilt, jetzt kriegt er wieder hart auf den Sack. Ich möchte doch mal, beim Vieh heilt er sich immer noch, oder? Das Gefühl ist komisch. So. Einfach mal weiter, Carsten. Gut, da geht er drauf. Sehr gut. Gut, wir haben uns so das riesige Schiff verteidigt. Was für ein großer Schiff. Groß und hässlich. Nett. So. Gut, da geht's. Gut, da geht's. Gut, da geht's. Oh, Materia-Slots. Oops. Mhm. So... Mhm. Vielen Dank.